Warum verfogst du mich so verbissen? So, neue Folge. Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Ja, selbst schuld. Ich hätte es eben nicht so und ab spielen sollen. Alter, du kleine Drecksau, ne? Alter! Ah, das... Ah, fuck it. Gut. Ich muss auch aus... Wie kann ich so ein Feuer posten? Mit R? Vielleicht. Warum verfogst du mich so verbissen? Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Ja, selbst schuld. Ich hätte es eben nicht so und ab spielen sollen. Ja, ebenso ich... War etwas geschos. War etwas fertig? Alter. Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich ein... Vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Glückwunsch! Toll, wir können hier nicht mal was trinken hier gerade. Ah, f*** dich, du. So, Dreckku funztiert, glaube ich. Ich hab das Spiel verladen. So. Ah, shit, ey. Ow! Ow! Ouch! Ah, das gibt's nicht. Das gibt's eindeutig nicht. Das ist der Typ, ne? Wenn ich zum Natra stehe, kriege ich Schaden. Was macht eigentlich diese Waffe? Keine Ahnung. Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst, vor langer Zeit. Das ist Gerald Glatow, oder? Wieso kann ich das nicht überleben? Ich seh das jetzt schon. Schwam. Das töre ich mir ja selbst. Ey, ich hab das geblockt. Oh, Manu. Manu, Manu, Manu. Das kann ja nicht angehen. Ich hab's Gefühl, wir kommen besser rein, aber... Boah, was ein Typ, ey. Ne, was ein Typ. Das ist halt so fies. Warum verwockst du mich so verbissen? Selbst schuld. Ach, komm. Hättest du hier nicht Soldat spielen sollen? Ja, natürlich. Will ich. Drecksau. Wie viel Ende dat? Also hat er auch noch nichts. Oh ja! Ja, ja, ja! Oh ja! Ja, sehr geil. Ah, wir haben ihn, glaube ich, in der Ecke geblockt, wo wir ihm ordentlich Damage zufügen können. Ah, fuck. Ah, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ach, come on. Alter. Es gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht, der Typ. Völlig overpowered. Ach, komm. Wieso können wir denn jetzt schon den Königsmörder killen? Das ist Akt 1 gerade. Warum verfogst du mich so verbissen? Sie denken, ich hätte den Volltest getötet. Ja, selbst schuld. Hättest eben nicht so da spielen sollen. Da kann ich nichts machen. Ey, ich wollte... Ach, ich hatte gar keine Energie. Fuck it. Hä? Oh, sein Art-Zeichen, ne? Das ist auch halt völlig überbetrieben. Ja. Ich kann auch nicht dagegen, ich kann keine Energie aufnehmen und ich kann nichts machen. Ich meine, es reicht nicht so weit. Ich bin ein unter-powereder Hekta. Ich kann mich doch gerade ärgern, oder? Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst. Vor langer Zeit. Und jetzt bist du käuflicher Verbrecher? Na, Glückwunsch! Ja, wieso wusste ich, dass das jetzt kommen wird? Das gibt's nicht. Also der Typ ist völlig overpowered. Ah! Er trifft auch jedes Mal, der Trottel. Ein Trank wär ganz gut. Aber warum sind wir zum Trinken eigentlich weg? Warum verfogst du mich so verpillt? Sie denken, ich hätte Volltest getötet. Na, selbst schuld! Hättest du eben nicht Soldat spielen sollen? Warum tötet ein Hexer Könige? Hexer war ich einst. Vor langer Zeit. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Du hättest aufgeben sollen, solange noch Zeit war. Du kämpfst gut. Aber früher warst du besser. Die Muskeln gehorchen mir noch. Oh, okay. Erste Zwischensequenz. Ein Hexer und ein paar Elfen reichen, um einen König zu töten. Autsch! Du ahnst ja nicht, wie viele bereit standen und mittun wollten. Und du meinst, dass die alle dicht halten? Ja, Weds Zeit ist abgelaufen. Andere werden gerichtet, weil sie das Chaos losgetreten haben. Aber warum? Du warst einer von uns. Hast uns gerettet. Wir sind quitt. Deine Hexe kennt sich doch aus. Meinst du, sie kann mich nach Edirn teleportieren? Wenn sie brav ist, tue ich ihr nichts. Ich werde dich finden. Wir sehen uns in Edirn. Wo ist Roche? Wir haben ein paar erwischt. Der Rest ist entkommen. Und Leto? Tot? Unterwegs nach Flotzan. Woher weißt du das? Er will Triss. Ich muss los. Bring ihn um. Noch bevor er mit den übrigen Kontakt aufnimmt. Du hättest dem Deune nicht vertrauen sollen. Komm. Nein, Geralt. Wir können da nicht hin. Die Garnison. Natürlich. Mir war entfallen, was ihr für Krieger seid. Mette Terde, Gwynblade. Viel Glück. Alter. Boah. Wir haben es geschafft. Aber auch mehr als gut, als recht hier so ein bisschen. Ja, Quatsch. Die können wir mitnehmen. Das brauchen wir jetzt nicht. Aber noch was. Naja, brauchen wir auch nicht. Lauf nach Flotzan. Gut. Wettlauf mit der Zeit ist jetzt nicht wirklich so. Aber... Stimmt. Komm. So. Wie ich sagen, laufen wir schnell nach Flotzan. Ähm. Was ich glaube, wir werden es nicht packen. Habe ich so eine Vermutung. Ich weiß nicht wieso, aber... Ich habe da so eine Vermutung. Schnell mal zwischenspeichern. Ja, springen. Moment. So. Hat kurz das Ohr gejuckt. Nur mal eine Hand frei haben. Geht schon noch der Stuhl ein bisschen. Oh. Oh. So. Come on. Ich würde das aber machen. Dann nehme ich das gerne mit. Ja, dann rennen wir doch mal nach Flotzan. Ah. Wir können auch einfach dem Weg folgen. Das wäre doch mal eine neue Möglichkeit, oder? Warte. Nein, nein, nein. Ich habe die gerade aufgestellt. Scheiße. Ich trottel. Ich bin doch schon blöd. Teilweise. Fuck it. Ihr hattet nix. Ein Bonus. Sorry für euch. Habe ich gerade schon eine Zeit. Verfluchte Biester. Ich habe was anderes zu tun. Tut mir leid, Jungs. Wir spielen später. So. Oh, scheiße. Was geht hier ab? Wo ist mein... Es ist nur der Hexer. Warte. Wo ist meine Klinge? Sag nicht bitte, das ist die, die da hinten noch liegt. Nee, oder? Oh. Okay. Das ist was wir machen. Ich gehe nochmal hinter. Hol die Klinge. Und wir sehen uns dann im Dorf wieder. Oder hier vorne. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020